Jut, Freunde, weiter geht's mit Xenoblade Chronicles 3. Äh, uh, Stufe 2, uh, okay. Vielleicht hätte ich zwischendurch ein bisschen trainieren sollen. Nicht, dass ich hier jetzt unterlevelt bin, ey, das wäre richtig bitter. Äh, wo muss ich denn hier lang? 57, ja, okay, die sind schon eher so in meinem Level-Bereich. Ich glaube, 58 bin ich gerade, wenn ich mich nicht irre. Genau wissen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Moment, das ist doch ein alter, oh, diese Stufe, oh, alter Feronis hier, ne? Moment da mal. Ah, okay, Schlachtfeld Feronis-Wrack. Machen wir das erstmal zur aktiven Mission, okay. Besiege die Monster beim Feronis. Verdammt, ich. Okay. Für 60, okay, guck mal, holt die irgendwer von euch runter? So, na, okay, ist aber, ich sag mal, machbar. Oh, aber der Nächste hat sich schon angekündigt, gerade, wie es aussieht. Moment. Oh, Senna! Guck mal her, hier. Oh, ich sag mal, ich sag mal, hier. So, komm, ein Angriff noch hier, zack, bevor wir die Spezial-Attacke starten. Ne, bleib hier! Oh, alter, gerade noch. Jawohl, umwerfen, schleudern, alles dabei. Jawohl. Und immer drauf da. So, hier, frisst das, Junge. So, und weg. So. Lässt sie nicht öffnen, ja, war klar. Erstmal muss ich hier ein bisschen aufräumen, nö. So, was haben wir denn hier noch? Der da. Okay, den mal bitte runter. Was ist denn? Da. Warte, hä? Hallo? Jetzt kann ich angreifen, okay. Na, ich konnte angreifen. Okay. Die Viecher sind ja mal ein bisschen sehr lästig, ey, wenn die nicht runterkommen, muss ich sagen. Komm, schießt nur runter den Vogel. Jetzt holt ihn runter. So, komm her, ihr Piepmatz. Gut. Geht nur noch der Elite-Vogel. Wo ist der gerade da? So, könnt ihr den runterholen? Irgendwer? Wer voll nah ist, wenn wir den irgendwie runterbekommen. Okay. Einmal Waffen wegstecken, dann gucken wir mal, dass wir den hier oben irgendwie... Jetzt komm her. Alter, hat keiner einen Fernkampf? Ah, jetzt. Okay, wir müssen runter. Autsch. Ich war schon böse. Okay, wir sind so umgeworfen. So. So. Ja, shit, jetzt kann ich ihn nicht umwerfen. Ich bin noch nicht so weit. Aua. Aber halt, Moment, ich kann synchronisieren. Wo ist er? Wo ist er? Ah, fuck. Okay, anscheinend erledigt. Gut. Habt man jetzt nicht viel von gesehen, aber ist nun mal so. Alter. Hoch da mit dir, Lance. Und zack. Ab dafür. Hey, kann ich jetzt hier? Hier wir gehen. Und rein damit. Jip, fortfahren. Und da hätten wir wieder Saft auf der Büchse. Geil. Pironis Wrack, Neustart. Neißenstein. Ähm, da hast du eine Nopold-Karawane angereist, die du nun als Rastpunkt nutzen kannst. Suppi. Äutschen. Äutschen. Erstmal, der Tier einsammeln, was nicht nüt- und nagelfest ist. Oh, der Suspense. Alter Vater, okay. Zack. Kundin. Dann sind wir uns von Toten gebeten. Bla, bla, bla. Zeit vergeht schnell. Hier gibt Freunden blauen Stein. Gut. Das muss ich auch irgendwann nochmal machen. Skontoto hat nicht zu viel versprochen. Wir müssen nur ihren Namen nennen und schon wissen die Bescheid. Ist ja nicht jeder hier ein Sieb wie Locello. Papana hat perfektes Gedächtnis. Na denn. Äh, Rest liegt an Freunden. Ähm, ja. Dann erstmal kurz hier. Äh, Stufen steigern. Gibt's da was? Yo, auf 59. Bist du also Rico und Banane auf 62? Okay. Nicht schlecht erspächt. Äh, halt da. Speichern. Äh, 44, 45, da. Äh, so was. Achso, hier haben wir immer noch... Oh, nee. Benötigter Held Gondor. Oh, da haben wir was Neues. Das Meer, Vierglück Klee, okay. Da ist irgendwie gar nichts. Da gibt's keine Quest oder irgendwas für. Okay. Dann, äh, müssen wir... Wo müssen wir denn hin? Äh. Wait. Gliess das ultimative Schiff ab. Ja, äh, hab ich vor. Wo muss ich hin? Hallo? Äh. Also da hinten ist erstmal... Jo. Ah, okay. Hier muss ich's also suchen. Alles klar. Na denn. Ja, jetzt wird wohl keins von den noch üblichen Materialien sein hier, ne? Die ich hier einsammeln kann. Natürlich. Äh, Leute, wo seid ihr? Hallo, wo seid ihr? Hört ihr bitte hier hoch? Was ist denn hier los? Alter. Äh. Äh. Ja, tolle Kameraführung. Mal wieder. So, warte. Das war's? Gut. Jetzt sind wir hoch hier. Alter. Mann. Kommt ihr jetzt mal hier her? Ja. Könnt ihr denn bitte wer in Schwanken bringen? Dann halt nicht. Dann machen wir's so. Zack. So, weg. Zack, zack. So, eingesammelter Zeug hier. So, wo finde ich denn jetzt hier was? So. So, ich dachte hier wär was, aber nö. Hm. Ähm. Oh. Ah, da hoch doch bestimmt, ne? Aber ich will erstmal kurz hier hin. Und den Weg weisen, wenn ich hier mal durchkomme. Oh nein. Bitte lasst mich in Ruhe, ihr Mücken. Ach, komm. Moment, welchen habe ich ausgewählt? Oh, immer drüfter. Jawoll. So, welch mit du Viechers? Ah, hier, hier ist Yule. Da spielt Mio. Ich hatte nicht gesehen, wo sie hingegangen ist zum Flögel zu spielen, ey. So, Stufe 9. Wo kommst du denn plötzlich her? Du warst doch vorhin noch nicht da. Zack. Nee. Oh. Ja, irgendwo hier scheint es zu sein. Oh. Ursprungsmetall ist nicht mehr weit weg. Ist aufregend wie Schatzsuche. Ist ja quasi auch eine Schatzsuche. Eine Schatzsuche, von der das Schicksal der Welt abhängt. Hey, bloß kein Druck. Und wohin deutet das Signal jetzt genau? Den Weg da hoch. Möchte ich wetten. Kommt von da drüben. Siehste. Müsste auf anderer Seite vom Berg hier sein. Na, na, na. Wollen wir um die Wette laufen und gucken, wer als erstes dort ist? Nee. Doch. Warum? Ah. Wir haben so eine Schöne für 60-4. Was? Wieso fällst du dich um? Geschiss. Ich wurde beim Buselt. Ah. Na, komm. Machen wir dich halt fertig. Und, jawohl. Nice. Danke. Und hoch da. So. Echt jetzt? Grunde, mich ja Hase, Alter. Oh, lass mich, lass mich, lass mich. Bin ich hier falsch? Nee. Da. Hä? Untersuchen. Ah, natürlich. Natürlich. Gut, umgeworfen. Und, welch mir der Viecher ist. Und was, nur einfach rausziehen? Oder wie ist es? Das hier ist es wohl. Ah, okay. Wir halten es einfach. Auch schön. Da waren schon zwei. Fehlen nur noch vier. Das ist doch ein vielversprechender Anfang. Ich hoffe, die anderen Stücke finden wir auch so reibungslos. Gucken wir mal. So, Gardensia. Ja. Weißt du was? Dich nehmen wir noch mit. Oh, mein Gott. Und los. Einmal synchronisieren. Nein, falsches Timing. Dammig. So, aber jetzt ist es trotzdem geschafft. Hiha, so. Das haben wir. Dann müssen wir nach Gardensia, sagt er. Wo ist denn das? Gardensia, da. Wo müssen wir denn? Kulinarisches irgendwas gedöhnt. Nee. Straflage müssen wir doch auch nicht. Okay. Ja. Ah, da. Okay. Da muss ich erstmal in irgendeinen Hafen. Hier ist es in der Ewigkeit. Nee. Hier bist du irgendwie Doppelfelsentor. Kann ich da an Bord gehen? Ich hoffe es. So, hier wären wir schon mal. Ah, ja. Da ist Strand. Und da ist dort Schiffchen. Nice. Sonst stehe ich immer mal in den See, ne? Hallo, ich drücke A. Danke. So. Okay, dass das Ziel nicht angezeigt wird, macht es nicht gerade einfacher, muss ich sagen. Äh. Hm. Korde. Noch. Ach du Scheiße. Rechts unten. Da. Marker setzen. Hüpp. Irgendwo da. So. Fahren wir an dem Viechern mal gepflegt vorbei. Oh, ne schon Buongiorno hier. 64 die Dinger. Hier durch die Meerenge. Oder wie man das auch immer nennen will. Ne? Denke, denke ich. Hoffe ich. Okay. Nö, wäre bescheiden, wenn das jetzt hier der falsche Weg ist. Hm. Moment. Das ist falsch. Aber sowas von Scheibenkläuste. Jetzt dreh ich schon um. Richter. Okay. Ich muss irgendwie hinter die Insel hier. Akapur halb in so. Alter, was ist denn hier alles am Ufer? Nö, ich hänge. Äh, hallo? So. So. Muss ich nochmal kurz auf die Karte gucken hier. Hm. Ne, das ist genau hier rechts. Okay, das ist dann auf der Insel ist das. Okay. Ja. So. Mal rückwärts. Abwärts. Zack. Vorwärts. Rechts. Abmarsch. Abfahrt. Äh. Und aussteigen. Oh, wer bist du denn da? Stufe 54. Okay, alles gut. Ist das hier eine Straße? Oder ist das ein Schatten? Ja, von irgendwas geworfen wird. Hier, das ist ein Schatten. Hä? Aber von was? Von, nur von dem Baum? Okay. Hä, warum nicht? Hm. Was weiß denn ich hier? So. Äh. Kaskadenkreuzung. Tja, wo lang? Hm. Na, vielleicht hinterm Wasserfall? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wurfspeer, Pirutan. Ganz neue Viecher hier. Ah, ne, sieht nicht so aus, als wenn du hinter dem Wasserrahmen warst. Äh, hinter dem Wasserrahmen. Alter, hinter dem Wasserfall. Wat? Wat? Moment, was? Äh, oh, Hallöchen. Bist du, du bist nur im Wasser, ne? Oder wie ist das? Ja, komm. Ne, lasst mich mal. Alter, hallo? So, hier, euch können, euch kann ich malen wählen. Und der da hinten ging mir ein bisschen bisschen auf den Puffer. Natürlich fällt da nicht um. Äh, äh, bleib hier. So, noch mal eins. Gut, noch mal. Natürlich. Dann komm her, krabberig. Oh, mach den fertig. Ich bin euren krabberig. So. Ähm. So, boom. Ja, na klar. Natürlich hat er mich bemerkt. Ah, so Aschmutz. Ja. Ja. Jo, den haben wir auch. Muss ich hier überhaupt langen? Das ist die Frage. Nee, da sind wir nicht in Ruhe. Mist, viel. So, gehen wir mal rein. Gucken, das ist bestimmt Giftzeug. Yep. Ah, was bist du denn? Oh. Oh. Okay. Alter. Wir waren ja fast tot. Schöne. Oh, oh. Oh boy, nice. Bisschen Heilung wäre trotzdem geil Hui Alter, Drecksgift So, da ist noch so ein Vieh Wie komme ich denn hier durch am besten Ohne HP zu verlieren, Alter Tja, Freunde der Sonne Ich würde sagen Als nächstes suchen wir uns hier einen Weg durch die Höhle, wa? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017